Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich begrüße Sie zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Freitag, der 22. Dezember 2023. Es ist das letzte Guten Morgen Börse in diesem Jahr. Das nächste wird es geben, das sage ich gleich vorab am 8. Januar 2024. Ich möchte mich zunächst einmal ganz vorab bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich möchte euch schöne Weihnachten wünschen, ich möchte euch einen guten Rutsch wünschen. Ihr habt schöne Feiertage, eine besinnliche Zeit, lasst es euch gut gehen, genießt die Zeit mit der Familie ein bisschen runter zu kommen. Ganz besonders kommt gesund ins neue Jahr 2024 und wir hören uns dann auf jeden Fall wieder, wie gesagt am 8. Januar 2024. Aber bevor wir uns in die Feiertage jetzt verabschieden, der letzte Handelstag des Jahres, eigentlich hatte ich nicht mehr vor groß aktiv zu werden, aber vielleicht ergibt sich doch noch was. Zum einen haben wir noch einen Trade zu managen und zwar in Affirm. Da werde ich gleich ein kleines Update zu geben. Der ein oder andere folgt mir vielleicht bei X oder bei Twitter, der hat das gesehen. Darüber hinausgehend hat gestern Nike auch noch nachbörstlich Zahlen vorgelegt. Die waren, naja, ermixt, würde ich jetzt mal behaupten. Und infolgedessen gab es ein ziemlich scharfes Gapdown, mit der die Aktie heute wahrscheinlich eröffnen dürfte, dann auch relativ aktiv gehandeltes Volumen. Und darüber hinausgehend eben nach dem jüngsten Run höher, eventuell noch weiteres Korrekturpotenzial, vorausgesetzt wirklich, da kommt Action rein. Wie gesagt, wir sind jetzt in den letzten Zügen des Jahres. Ausgehend hiervon ist es eben so, dass wir dann infolgedessen wahrscheinlich eher, würde ich jetzt mal behaupten, uns auf die Handelszeit in der ersten halben, dreiviertel Stunde konzentrieren sollten. Aber wie gesagt, alle Details gleich im folgenden, bevor ich offiziell beginne, zunächst der Blick auf den Risiken weist. Die Vision CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko anher, schnell Geld zu verlieren sind. Denn ausgehend hiervon nicht für jeden Einleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil. Und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xtb.com.de, kostenlos eine Demo herunter, teste dann Risikofreischau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen, diesbezüglich alle Informationen vorstellungsweise auf xtb.com.de. Man nutzt auch gerne die Möglichkeit, den deutschsprachigen Kundensupport im Berliner Büro zu kontaktieren. Kontaktdetails folgen sogleich, zunächst in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten. Als Anlageempfehlung missverstehen, das handelt sich ja um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr habt die Möglichkeit, hier eure Fragen zu stellen unterhalb des Videos in den Kommentarfunktionen, aber bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier die versprochenen Kontaktdetails, Telefon- bzw. E-Mail-Adresse. Kurz zu xtb als Broker, bester CFD Brokersjahrs 2023 ausgezeichnet. Von Brokerwahl, die Gründe dazu geführt haben, findet ihr links einmal aufgeführt. Ein Grund mit Sicherheit auch die X-Station und genau in diese wollen wir uns jetzt begeben und wollen einen Blick werfen auf diese und beginnen mit einem 30-Minuten-Chart hier in Nike und dem Run, den ich zum Thema gemacht habe. Und zwar von Anfang Oktober ist es schon in dem Fall tatsächlich, also hier mit Beginn, dieses Earnings-Gaps auf die Earnings, die Ende des dritten Quartals veröffentlicht worden sind im September. Und von dort einen massiven Run höher, also wir haben einen kurzen Pull-In gesehen, hielten dann die 94, 95er-Region und von dort Aufschläge von fast größeren Ordnungstechnisch 30%, die wir hier gesehen haben. Ziemlicher Runner, also das heißt im Windschatten des Marktes übergeordnet, vielleicht sogar ein bisschen vorab marschiert. Und die Situation rund um Nike hält sich auf, der Ausblick, der hält sich sicherlich auf. Man hat hier die Lagerbestände in Aussicht gestellt, diese Problematik in den Griff bekommen zu haben. Das hat man jetzt auch bei den Earnings oder hat man bei den Earnings gestern gesehen, die veröffentlicht worden sind. Wir haben eine höher als erwartete Gross Margin, also Brutto-Gewinn-Marge, die ausgewiesen wurde. Nichtsdestotrotz, wir sind so ein bisschen vielleicht ahead of ourselves gelaufen, also wir sind ein bisschen sehr arg steil in diesen Earnings-Release reingelaufen. Und das Interessante ist jetzt eben, da kann dann nicht mehr besonders viel folgen. Ich hatte das kurz heute früh bei mir, im X-Feed hatte ich das kurz zum Thema gemacht, will das hier einmal zeigen. Gewinn pro Aktie 1,03 Dollar gegen 85 Cent erwartet. Revenue, also der Umsatz 13,39 Milliarden gegen 13,46 Milliarden. Greater China Revenue, also das heißt Blick auf China, dort ebenfalls unter der Erwartung geblieben mit dem Umsatz 1,86 Milliarden gegen 1,97 Milliarden. Hier die Gross Margin, von der ich gerade sprach, Brutto-Gewinn-Marge. Aber das, was jetzt hier ganz besonders für, naja, ein bisschen Verstimmung sorgen dürfte, ist nämlich die 400 Basispunkte Headwinds, also der Gegenwind, den man erwartet von Nike im laufenden Quartal as a result of supply chain disruptions. Also das bedeutet, man geht davon aus, dass wir 4% unterhalb der Umsatzerwartung der Wall Street bleiben dürften, ausgehend von Gegenwinden, die man eben ganz besonders im Hinblick auf eben Angebotslieferketten, Engpässe eben hier verbucht. Und das sorgt dafür, ganz kurz einmal bei Market Watch in die Abteilung ausgeschaut, dass NKE, also hier Nike, minus 11,7% nahezu sieht und 7 Millionen Stücke gehandelt. Also sehr aktiv, das ist deswegen relevant, weil im Schnitt in den vergangenen drei Monaten pro Tag in der Nike roundabout 8 Millionen Stücke gehandelt werden. Das heißt also, wir haben den Daily Turnover, der an Aktien gehandelt wird, gestern nachwürstlich gehandelt gesehen. Also durchaus interessant. Nicht, dass ich jetzt groß erwarte, dass es hier einen riesenvolatilen Handel gibt oder eine große Umschichtung seitens institutioneller oder dergleichen, man irgendwie skeptisch in die Zukunft fliegt. Aber ich denke, wir haben dennoch kurzzeitig jedenfalls ein bisschen Flushpotenzial auf der Unterseite. Das Interessante ist nämlich, das kann man jetzt in diesem Chart hier nicht sehen, aber man glaube es mir einfach, wenn wir auf diesen Earnings Release hier aus dem September 2023 einen volumengewichteten Durchschnittspreis, also wir für die letzten Quartalszahlen einen volumengewichteten Durchschnittspreis ankern, wird man feststellen, dass der durchschnittlich bezahlte Preis ungefähr im Bereich um 100, 405 US-Dollar ungefähr reinkommen. Jetzt handeln wir in der Nachbörse gestern, werden runtergehandelt bis auf 108. Heißt etwas anders formuliert für mich, sollten wir jetzt in den Stunden hin zur Markteröffnung, Wallstreet-Eröffnung um 15.30 Uhr eng konsolidieren und ich werfe einfach mal eine Zahl rein, aber sollte sich zum Beispiel die 107 als Support in der Vorbörse herauskristallisieren, könnte es sein, dass ein Momentum-Play interessant wird innerhalb der ersten halben Dreiviertelhandelsstunde, das wäre jetzt also zwischen 15.30 bis 16.15 Uhr ungefähr, würde ich sagen, Preisfindungsphase, für ein Momentum-Play, wo ich sagte, Break unter die 107 wird interessant für ein Short-Play mit Ziel in Richtung dieses Earnings-WeW-Obs, also 105 ungefähr als Orientierung. Wir haben einen sehr, sehr liquiden Titel, aber ich setze eben voraus, dass das auch wirklich in dieser Zeit, in dieser Preisfindungsphase, wo hohes Volumen reinkommt und eine mögliche Dynamik auch eher in einem Value-Titel, wie Nike es nun mal eben ist, dann stattfindet. Sollte das nicht stattfinden, ist für mich das Jahr beendet. Also das heißt, ich mache die Bücher dann zu und dann sehe ich auch keine attraktiven Trading-Gelegenheiten mehr. Wie gesagt, Nike noch eine Möglichkeit mit einem Break unter die vorbörslichen Tiefs eventuell Richtung 105. Eventuell laufen wir das auch bereits in der Vorbörse ab, das könnte CAV-technisch dann ziemlich schwierig werden, weil ich nämlich denke, dass das Trendpotenzial, das Intraday-Trendpotenzial für den Titel mit Ausblick eben auf den Jahresschluss jetzt bzw. das Weihnachtswochenende, die verkürzte Handelswoche nächste Woche ganz besonders, einfach nicht besonders groß scheint, dass wir da große Umschichtungen sehen, die dann entsprechenden Trends resultieren. Ich hatte gerade auch erwähnt und das hat man ja vielleicht auch jetzt in den Ausführungen meinerseits in den letzten Events hier gesehen und zwar Affirm. Der Trade, der ist weiter intakt aktuell, also den habe ich weiter auf dem Schirm und werde auch heute weiter diesen managen, vorausgesetzt allerdings es gibt noch was zu managen. Ich hatte am Mittwoch ja in Folge dieser Extension auf der Oberseite gegen die 51, 51, 50 einen Short auf den Weg gebracht, der dann sehr, sehr schön ins Laufen kam im Rahmen dieses Abverkaufs in den Mittwochabend hinein und gestern war die Frage, gibt es ein Follow-Through auf der Unterseite und den hat es erstmal nicht gegeben. Es hat sich ein wichtiges Support-Trikot aber herauskristallisiert um 47. Ich hatte ein kurzes Update geschrieben, wie ich plane, den Trades zu managen. Der durchschnittlich bezahlte Preis, ausgehend von dem Drop am Mittwoch, der lag ungefähr um 49. Ich habe gesagt, solange wir unter 49 handeln, möchte ich short bleiben. Das war knapp dran, dass wir nicht unterhalb halten, also wir hatten hier so einen kurzen, vielleicht Eindeckung, die da stattgefunden hat. Bei uns ging die 47 hier relativ scharf, aber gegen die 49 toppen und rollten erneut über. Und so, jetzt ist die Linie im Sand für heute mit der offensichtlich ausmachbaren 47er Region hier auf der Unterseite ist für mich die Linie im Sand. Ich möchte sehen, dass wir drunter gehen. Wenn wir drunter gehen, kann ich mir vorstellen, dass wir in der Affirmed noch Richtung vielleicht nochmal der Tiefs von Freitag laufen, vielleicht auch ein bisschen tiefer, Gewinnmitnahmen vielleicht einsetzen und dergleichen. Aber es setzt eben voraus, dass wir nach Möglichkeit auch relativ zügig zur Eröffnung 15, 30, 16 Uhr unter die 47 gehen und zeigen, wir wollten runterhalten. Also, dass da auch ein klares Signal ist, ja, Gewinnmitnahmen sind jetzt hier durchaus in Betracht zu ziehen und dergleichen. Sollten wir diesen Break nicht zu sehen bekommen, sollten wir die 47 halten können, dann würde ich die Position eben entsprechend rausnehmen und wie gesagt, würde mich ins Weihnachtsfest verabschieden. Und das wäre es auch meinerseits tatsächlich dann für dieses Jahr soweit gewesen. Also, wie gesagt, happy trading, passt auf die Stops auf für den letzten Handelstag der Woche. Ich würde mir gut überlegen, ob ich in der nächsten Woche noch aktiv werden will. Ich würde es nicht sein, auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal garantieren. Ich werde zwar von mir über X ein bisschen was lesen können, aber nichtsdestotrotz, es wird so sein, dass ich mich zurückhalte und dann frisch vom Fröhlich Frei nächstes Jahr am 2.1. wieder durchstarte. Das nächste Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTW, das gibt es dann allerdings erst am 8. Januar. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann dort wiedersehen und gesund wiedersehen. Wie gesagt, schöne Weihnachten, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr, 2024 hören wir uns wieder, rocken gemeinsam die Märkte, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.